K.I. ist eine rasante, künstliche Energie, doch bist du auch ready für die Technologie? Damit meine ich dein Bewusstsein. Setz dich das nicht ein, ist es mit deinem Geist bald vorbei, in dem, was du hier auf der Erde solltest sein. Erfüllt, erfolgreich und voller Energie. Die K.I. ist sehr hilfreich, doch mit dem fehlenden Bewusstsein stirbst du innerlich. Willst du kein Sklave sein, dann lern die Essenz der kosmischen Energie in der Abiumatics-Community.